Musik Willkommen, dies ist der deutschsprachige Dienst von Radio IBS Leeds. Heute ist Mittwoch, der 23. Juli 2008. Die Tageslosung für den heutigen Tag. Warum wär doch mein Leiden so lange und sind meine Wunden so schlimm, dass sie niemand heilen kann? Du bist mir geworden wie ein drügerischer Born, der nicht mehr quälen will. Jeremiah, Kapitel 15, Vers 18. Es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm vom Mutterleibe. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Stehe auf und gehe umher. Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3, Verse 2 bis 6. Das war die Tageslosung für Mittwoch, den 23. Juli 2008. Sie hören den deutschsprachigen Dienst von Radio IBS Leeds, Independent Broadcasting Service, Leeds, England, West Yorkshire, United Kingdom. Ich wünsche Ihnen einen guten und angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal.